Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die heutige Debatte zum Landeshaushalt 2020 fällt zeitlich ziemlich genau zusammen mit einem Jahr Schwarz-Grün an der Regierung hier in Hessen. Eigentlich müsste man sagen, mit sechs Jahren Schwarz-Grün an der Regierung hier in Hessen. War es in der ersten Amtszeit so, dass sich noch einige Kommentatoren etwas wunderten über diese neue Farbkombination, wie überraschend geräuschlos sie da regieren würde? So hieß es von außen, muss man heute feststellen, dass dieser Überraschung mittlerweile eine gewisse Ernüchterung gewichen ist. Eine Ernüchterung vor allem, wenn man sich die Rolle der GRÜNEN anschaut. Herr Ministerpräsident, weil Sie es angesprochen haben, schockiert sind wir als LINKE weniger über das tiefe Bedürfnis der CDU nach Stabilität. Von Ihnen haben wir nichts anderes erwartet. Schockiert sind wir vielmehr über die Bereitschaft der GRÜNEN, für ein Bündnis mit der hessischen CDU einen gewichtigen Teil ihrer Überzeugung über Bord zu werfen. Das ist allerdings schockierend. Im Übrigen, um noch einmal die Rede des Ministerpräsidenten aufzugreifen, statt von der weltbesten künstlichen Intelligenz in der Zukunft zu träumen, obwohl wir es als LINKE mit Visionen oder so und Utopien durchaus haben, fänden wir es deutlich besser, sich einmal mehr damit zu beschäftigen, wie die Lage der Menschen in diesem Land ist. Dafür braucht es keine künstliche Intelligenz, sondern eine ordentliche, eine soziale, eine gerechte und eine ökologischere Politik. Im Wahlkampf vor über einem Jahr hieß es von den GRÜNEN nach fünf Jahren Schwarz-Grün, so grün war Hessen noch nie. Zugegeben, die GRÜNEN haben ein respektables Wahlergebnis eingefahren. Sie haben gleich zwei Ministerien mehr erhalten. Man sollte nun meinen, das würde man endlich auch an der Landespolitik merken. Leider müssen wir feststellen, man merkt es nicht wirklich. Von der Bewältigung der drängenden sozialen und ökologischen Probleme in Hessen sind wir nach wie vor meilenweit entfernt. Über die Lobgesänge, die hier im Hessischen Landtag von den Vertretern der Regierungskoalition immer und immer wieder angestimmt werden, können viele Menschen in Hessen nicht wirklich lachen. Ja, natürlich, es gibt einige Menschen in Hessen, denen geht es ganz schön gut. Zum Beispiel die wachsende Zahl der Einkommensteuermillionäre. 2016, die letzte Zahl, da waren es 1.665 Menschen, die zusammen mehr als 2 Milliarden € im Jahr verdient haben. Dabei stehen diese statistisch noch vergleichsweise gut erfassten Einkommensmillionäre ja nur für einen klitzekleinen Teil des privaten Reichtums. Große Vermögen, wie es sie zweifelsohne in Hessen auch zu finden sind, sind an dieser Stelle noch gar nicht erfasst. Das ist die eine Seite. Das ist der Teil, dem es gut geht in Hessen. Die andere Seite sind immer mehr Menschen vom Wohlstand abgehängt. Sie haben Sorge, vom Wohlstand abgehängt zu werden. Viele müssen immer mehr strampeln, um ihren Kopf über dem Wasser zu halten. Viele Menschen im Land sind arm, trotz Arbeit. Viele machen Zweitjobs neben Vollzeitjobs, wie es zuletzt letzte Woche auch auf Anfrage der LINKEN im Bundestag bekannt wurde. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat erst im Dezember festgestellt, dass die Armut in Hessen wächst und die Ungleichheit zunimmt. Hessen liegt bei der Armutsquote mittlerweile über dem Bundesdurchschnitt. Mittelhessen gehört zu den zwölf ärmsten Regionen Deutschlands. Bei der Einkommensreichtumsquote hingegen belegt Hessen im Bundesvergleich den zweiten Platz. Jeder Fünfte unter 20-Jährige im Land wächst in Armut auf. Lesen Sie die Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Aber sei es um die Zahlen, es geht ja um jeden Einzelnen. Jeder Einzelne, der in Armut lebt, der weniger gesellschaftliche Teilhabe hat am sozialen und am kulturellen Leben, der weniger Chancen hat im Leben, ist einer zu viel. So droht sich Armut zu vererben und Ungleichheit zu verfestigen. Wachsende Armut in einem reichen Bundesland wie Hessen, das ist nicht nur das bittere Ergebnis von 15 Jahren Agenda 2010 und der Harz-Gesetze, sondern auch von mittlerweile 20 Jahren hessischer CDU und sechs Jahren GRÜNEN an der Landesregierung. Armutsbekämpfung findet bei Schwarz-Grün einfach nicht statt, und das ist ein Armutszeugnis in einem reichen Land wie Hessen. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und SPD Sie könnten als Landesregierung durchaus etwas tun. Eines der Werkzeuge wäre ein wirksames Vergabegesetz, öffentliche Aufträge nur noch an die Unternehmen zu vergeben, die fair zahlen und nachhaltig handeln. Das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Hier könnte die öffentliche Hand ihre Marktmacht einsetzen und das Leben vieler Menschen direkt und indirekt verbessern, Standards für Menschen und Umwelt nach oben setzen, statt in einem Unterbietungswettbewerb immer weiter nach unten. Leider ist das schwarz-grüne Vergabe- und Tariftreuegesetz aus der letzten Legislatur ein zahnloser Tiger. Zu weiche Regelungen, praktisch keine Kontrolle. Hier lohnt sich ein Blick nach Berlin. Hier wird der Landesmindestlohn für alle, die im öffentlichen Auftrag arbeiten, auf 12,50 € erhöht. Auch Bremen geht einen solchen Weg. Dort profitieren Tausende studentische Hilfskräfte. Die SPD fordert jetzt einen tariflichen Landesmindestlohn von 13 € für Hessen. Das freut uns. Vor einiger Zeit wurde unsere Forderung nach 12 € Landesmindestlohn noch abgelehnt. Aber die Debatten hier zeigen, dass es ... Ich schaue noch einmal nach, ob das die Begründung damals gewesen ist. Ich glaube nicht. Nur das Problem im Koalitionsvertrag, kein Wort davon. Im Gegenteil, das Vergabegesetz soll mit dem Ziel der Vereinfachung und Beschleunigung von Vergabeverfahren modernisiert werden. Das steht da. Das lässt eben keine Verbesserungen erhoffen. Im Gegenteil, was wir brauchen, ist ein Vergabegesetz, das richtige Regelungen enthält wie den Mindestlohn. Das können Sie hier in Hessen machen. Sie brauchen uns nichts zu erzählen. Das wäre nicht möglich. Sie können sich hier in Hessen ganz konkret für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Umfeldschutz einsetzen. Wir fordern Sie auf, machen Sie das endlich. Die Themen Armut und Sorgen um die Zukunft hängen auch eng zusammen mit der ausgewachsenen Krise auf dem Wohnungsmarkt. Die Lage wird hier immer angespannter. Menschen machen sich Gedanken, ob sie ihre Wohnung noch halten können, auf wie viel sie dafür verzichten müssen. Wer eine größere Wohnung braucht, etwa bei einer Familiengründung, der kommt in ernsthafte Probleme. Eine Kleine Anfrage von uns hat vor Kurzem noch einmal die dramatischen Zahlen ans Licht gebracht. In Fulda z. B. sind die Angebotsmieten in den letzten zehn Jahren um 70 % nach oben geschossen, hessenweit noch fast um die Hälfte. Die Mietbelastungsquote, also das, was Haushalte von ihrem Nettoeinkommen für die Miete aufbringen müssen, liegt im Schnitt bei 28,2 %. Diese dramatische Durchschnittszahl lässt erahnen, dass sehr viele Menschen deutlich mehr als das Drittel bezahlen, das viele Experten für zumutbar halten. Haushalte mit Einkommen unter 900 € müssen im Schnitt sogar fast die Hälfte davon für die Miete ausgeben. Diese Ergebnisse der Kleinen Anfrage zeigen es noch einmal schwarz auf weiß. Die Entwicklung am Wohnungsmarkt und in Hessens Städten ist und bleibt katastrophal. Der Mietenwahnsinn bedroht die Menschen direkt in ihrem Alltag, führt zu Einschränkungen von Lebensqualität, gesellschaftlicher Teilhabe, führt letztlich zu Verdrängung und auch zur Segregation. Die Landesregierung steht hier hilflos an der Seitenlinie und sagt, na ja, wir können ja nicht viel machen. Dabei ließe sich doch so einiges tun. Nur müsste man endlich entschlossene Maßnahmen in die Hand nehmen, wie etwa einen echten Mietendeckel, eine Offensive im sozialen Wohnungsbau und ein Verbot von Wohnraumzweckentfremdung. Das wären wirksame Maßnahmen, um die Wohnungsnot in unserem Land zu bekämpfen. Doch unter Schwarz-Grün kommt es bestenfalls zu zaghaften Korrekturen statt wirkungsvoller Maßnahmen, kleine Veränderungen in Sachen Mietpreisbremse, Kappungsgrenze, Kündigungssperrfrist oder Umwandlungsverordnung. Aber gegen die Position vieler Kommunen, Mietervereine, Mieterinitiativen und Gewerkschaften kein Gesetz gegen Leerstand und Wohnraumzweckentfremdung und vor allem keinerlei Initiative für einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild, der als eine echte Verdrängungsbremse wirken könnte. Der Mieterschutz bleibt unter Schwarz-Grün eine riesige Baustelle. Sie verteilen zwar vermeintlich hohe Fördermittel, aber in der Realität kann man die Effekte kaum sehen. Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt Jahr für Jahr 2018, kaum mehr als 80.000 Wohnungen. Kein Wunder, wenn jedes Jahr Tausende Wohnungen aus der Sozialbindung fallen und nicht einmal Tausende neu gebaut werden. Auch die Zahl der Studierendenwohnungen hält bestenfalls mit dem Wachstum der Studierendenzahlen mit. Die Versorgungsquote in Hessen liegt weit unter dem Bundesdurchschnitt. Es fehlen über 6.000 Wohnheimplätze. Auch hier wird die Landesregierung ihrer Verantwortung überhaupt nicht gerecht. Dann sagen Sie, es gebe gar keinen relevanten Leerstand. Die Menschen in Hessen wissen es besser. Fragen Sie einmal die Wohnungsämter in Frankfurt und Wiesbaden, Mieterinitiativen oder Ortsbeiräte. Weil Sie nicht gegen den Leerstand vorgehen, nehmen die Menschen es selber in die Hand, erfassen den Leerstand und engagieren sich in dieser Frage. Bei dem so existenziellen Thema Wohnen kommt von der Landesregierung nur viel heiße Luft, tolle Programme, gewichtige Ankündigungen. Faktisch aber bleibt es eine wohnungspolitische Realitätsverweigerung. Sie lassen die Mieterinnen und Mieter im Regen stehen. So grün war Hessen noch nie, hieß es am Wahlabend. Aber dann schauen wir uns doch einmal die Haushaltspolitik an. Denn die Haushaltspolitik von Schwarz-Grün ist vor allem eines, nämlich schwarz. Denn was die GRÜNEN der SPD im Bund zu Recht vorwerfen, nämlich sie laufen dem Fetisch der schwarzen Null hinterher, das machen sie in Hessen nämlich selbst. Das Land hat gegenwärtig eine enorme Einnahmeentwicklung. Die Steuereinnahmen sprudeln, und trotzdem schaffen sie es nicht, die finanziellen Möglichkeiten zu nutzen, um drängende Probleme anzugehen. Die Investitionsbremse wird nicht gelöst. Es werden noch immer nicht genug Mittel für den bezahlbaren Wohnraum bereitgestellt, Bildung zu einem Recht für alle zu machen. Auch da sehen wir keine maßgeblichen Initiativen. Stattdessen sparen sie dieses Land weiter kaputt. Investitionen in die Energie- und Verkehrswende sind auch noch deutlich ausbaufähig. Damit fällt Schwarz-Grün sogar hinter dem Bund der Deutschen Industrie, dem BDI, zurück, der angesichts der Eintrübung der Konjunktur eine Überprüfung der schwarzen Null einfordert. Eine Finanzpolitik, die symbolischen Schuldenabbau betreibt, ist anders, als Herr Ministerpräsident es vorhin dargestellt hat, weder zukunftssicher noch generationengerecht. Es ist auch wirklich nur symbolisch. Mit Ihren Vorgaben würde es nur schlappe 400 Jahre dauern, die Schulden des Landes abzutragen. Das Problem nur, heute fehlen die Mittel für notwendige Ausgaben. Das ist alles aber nicht generationengerecht. Hören Sie doch auf, Herr Pentz, das den Menschen zu erzählen. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Wir haben immer wieder innovative Vorschläge zur Finanzierung. Die werde ich Ihnen noch sehr ausführlich darstellen. Die Politik der schwarzen Null und mangelnde Investitionen verfestigen auch die soziale Ungleichheit in unserem Land. Gerade ein Land mit so enormen sozialen Unterschieden wie in Deutschland bräuchte ein sehr gut ausgestattetes Bildungssystem, welches allen Kindern die gleichen Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Aber wie ist es um das Schulwesen in Hessen bestellt? Wir haben einen eklatanten Lehrermangel. Immer wieder wurde beim Ministerium zum Unterrichtsausfall nachgefragt. Die Antwort war, es gibt keinen Ausfall, es werden gar keine Zahlen erhoben. Das ist nicht nur widersprüchlich, sondern das ist dem Thema Unterrichtsversorgung überhaupt nicht angemessen. Es gibt immer wieder Überlastungsanzeigen von Lehrkräften. Gleichzeitig wurde aber gerade vor einigen Tagen bekannt, dass jede zehnte Lehrkraft in Hessen befristet arbeitet. Überlastungen hier, Befristungen da, das passt einfach nicht zusammen, oder passt es doch zusammen, und es ist ein gewollter Zustand. So geht das nicht weiter. Immer wieder beklagen Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schüler den baulichen Zustand unserer Schulen. Fenster undicht, Deckenplatten heruntergefallen, Heizung defekt, Schimmel, hier und da regnet es durchs Dach und vieles mehr. Vor nicht allzu langer Zeit mussten Schulen auch in Hessen geschlossen werden. Der Investitionsstau bei maroden Schulgebäuden im Land beläuft sich mittlerweile auf mindestens einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Wir sagen, hier muss das Land die Kommunen unterstützen und endlich ein wirkliches Investitionsprogramm auflegen. Dann werde ich Sie hören, Sie werden einwenden, na ja, Schulsanierung sei ja Sache der Kommunen. Das Interessante ist, Herr Boddenberg, das Thema kommunale Selbstverwaltung fällt Ihnen immer dann ein, wenn das Land keine oder nur ungenügende Mittel selbst zur Verfügung stellen will. Gerade beim Thema Schulsanierung helfen eben Kleckerprogramme, die überwiegend auch mit Mitteln des Bundes finanziert wurden, nicht weiter. Der Sanierungsstau in den Schulen in unseren Kommunen ist auch das Ergebnis einer Politik des Landes, die die Kommunen finanziell kurz hält und sie jahrelang unterfinanziert hat. Das sind die gestiegenen Steuereinnahmen. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Aber ansonsten verteilen Sie ja auch lieber die Gelder nach Gutsherrenart, so wie Sie es bei der starken Heimat gemacht haben. Herr Frömmrich, ein partnerschaftlicher Umgang mit Kommunen, der sieht anders aus und eine am Bedarf der Kommunen orientierte Finanzierung auch. Aber das werden die Kommunalen Spitzenverbände Ihnen auch noch immer wieder sagen, bis Sie es denn hoffentlich endlich einmal verstanden haben. Dabei ist die kommunale Infrastruktur doch das, was uns alle täglich umgibt. Straßen, Kitas, Kultur, Sporteinrichtungen. Wenn Kommunen verarmen, dann verarmt auch die Lebensqualität. Das merken die Menschen in ihrem Alltag sofort. Die interessieren sich nicht für die weltbeste künstliche Intelligenz oder das Fintech-Hub der Landesregierung. Die wollen ein funktionierendes Schwimmbad oder eine funktionierende Internetverbindung in ihrem Ort. Sie wollen, dass ihnen nicht mit unsozialen Straßenausbaubeiträgen in die Tasche gegriffen wird. Das kann ich gut verstehen. Oder nehmen wir das Beispiel Krankenhäuser. Investitionszuschüsse für hessische Krankenhäuser wachsen langsam und wachsen nur auf Kosten der Kommunen. Die Landesregierung ist nicht in der Lage, eine Krankenhausplanung vorzulegen. Kleine und kommunale Krankenhäuser, wie zuletzt die Diskussion um Wolfhagen, Geburtskliniken, Arztpraxen, meist auf dem Land, werden alle geschlossen und nicht ersetzt. Was ist die Konsequenz dieser Politik? Es gibt Personalnotstand in der Pflege, unhaltbare Belastungen ausgerechnet für die Menschen, die sich um uns alle kümmern, und eine schlechte Gesundheitsversorgung auf dem Land. Da bleibt nur ein Fazit. Vorsicht, der schwarz-grüne Investitionsstau, der gefährdet auch Ihre unserer alle Gesundheit. Die systematische Unterfinanzierung der Kommunen zeigt sich aber leider auch in noch drastischeren Fällen. Der gravierendste davon ist natürlich das Versagen der Lebensmittelkontrolle im Fall der Wilke Wurst. Das Land Hessen muss den Kommunen die erforderlichen Mittel bereitstellen, um den Verbraucherschutz zu gewährleisten. Die Landesregierung und die kommunalen Veterinärbehörden müssen gemeinsam sicherstellen, dass die Bereiche der Lebensmittelkontrolle personell und fachlich so aufgestockt werden, dass sie ihre Aufgaben auch vollumfänglich erledigen können. Hier geht es um die ureigenste staatliche Kontrollaufgabe. Hier geht es um die Gesundheit. Hier geht es letztlich um Menschenleben. Hier muss mehr getan werden. Aber allen Streit unverdächtig und unzweifelhaft sind die Hochschulen keine kommunale, sondern eine Landesaufgabe. Aber auch im Bereich der Hochschulen liegt weiterhin so einiges im Argen. In Ermangelung einer ausreichenden Grundfinanzierung hangeln sich viele Institute und Forschungen von Projektmittel zu Projektmittel. Das hat drastische Folgen für die Lehre, für die Forschung, keine Planbarkeit. Insbesondere gibt es prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Mittelbau. Sie sind nicht nur eine Randerscheinung, sondern sie sind traurige Realität an hessischen Hochschulen. Es ist ein Fortschritt, dass Sie dieses Problem im Koalitionsvertrag erkannt haben. Einen Lösungsansatz dafür erkennen wir aber auch in diesem Haushalt nicht. Tja, dabei könnten wir eigentlich starke Forschung und fitten wissenschaftlichen Nachwuchs dringend gebrauchen, etwa im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Mitte Dezember 2019 – da ging es ja so stark auf Weihnachten zu – bemerkte dann die Landesregierung Huch. Die Klimaziele 2020 werden verfehlt. Bis dahin konnte man vielleicht noch, so kurz vor Weihnachten, auf ein spontanes Wunder hoffen. Oder man hätte einmal im Vorfeld etwas machen können. Das Ziel wurde krachend verfehlt. Nicht einmal 20 % Reduktion der Treibhausgasausstoßes seit 1990. Angestrebt waren einmal 30 %. Ob im Land oder im Bund, egal wie man sich die Bälle hin und her spielt, man fragt sich, warum diese Ziele eigentlich gesetzt werden, wenn sie dann schulterzuckend wieder eingezogen werden. Die Zahl ist in der Debatte schon genannt worden. Ganze vier neue Windräder sind im ersten Jahr von Schwarz-Grün 2.0 in ganz Hessen ans Netz gegangen. Von Schwarz-Gelb hätte man das erwarten können, aber von Schwarz-Grün? Das ist praktisch ein Ausbaustopp und die zweitschlechteste Bilanz aller Flächenländer nach dem Saarland. Na ja, das kann man nicht allein mit bundespolitischen Rahmenbedingungen begründen. Wie gesagt, unter einer CDU-Regierungsbeteiligung erwartbar, aber als Bilanz einer grünen Regierungsbeteiligung doch ziemlich dürftig. Energiepolitisch ist von den einstmals ambitionierten Zielen der GRÜNEN kaum etwas übrig geblieben. Da hilft es nicht, vorwurfsvoll auf den Bund zu zeigen. Hessen schöpft seine Möglichkeiten weiterhin nicht aus. Die pachtfreie Überlassung landeseigener Flächen an die Kommunen, um dort Windkraftanlagen zu betreiben, zum Beispiel. Die Hürden in der Landesplanung sind weiter zu hoch. Dann gibt es auch noch CDU-Politiker, bei denen sonst die Beteiligung an einer Demonstration nicht gleich die oberste aller politischen Aktionsformen ist. Sie finden sich bei diesem Thema aber weiterhin häufig in der ersten Reihe, wenn es darum geht, Windkraftanlagen vor Ort zu verhindern. Das ist Ihr Koalitionspartner, liebe Kollegen von den GRÜNEN. Wie ist der Stand mit dem hessischen Klimaschutzplan? Wo stehen wir denn da? Seit der hessischen Klimaschutzplan 2025 beschlossen wurde, gibt es keine Auskunft darüber, wie und ob diese Maßnahmen überhaupt geeignet sind, die Klimaschutzziele von Paris einzuhalten. Die Umweltministerin kann oder will die Frage nicht beantworten, wie viele Tonnen CO2 durch die Maßnahmen in Hessen eingespart wurden. Die Landesregierung behauptet weiter, dass die hessischen Reduktionsziele im Einklang mit den internationalen stünden. Aber es gibt keinerlei Zahlen, auf die sich das stützen könnte. Hier steht uns vermutlich das nächste kleinlaute Reißen einer Latte bevor. Der Klimaschutzplan der Landesregierung war von Anfang an auf das 2-Grad-Ziel ausgelegt. Die Maßnahmen wurden nie auf das für viele Menschen überlebensnotwendige 1,5-Grad-Ziel angepasst. Dass es noch immer keine Überprüfbarkeit der Wirksamkeit der Maßnahmen gibt, um gegebenenfalls nachsteuern zu können, ist mit Blick auf die Klimakatastrophe grob fahrlässig. Mit jedem Jahr, das das vergeht, braucht es drastischere Maßnahmen, um die Klimaziele noch erreichen zu können. Für jedes hier verlorene Jahr werden wir uns vor kommenden Generationen rechtfertigen müssen, und zwar nicht für Kreditaufnahme, für Investitionen oder auch für überverschuldete Haushalte. Wirksamer Klimaschutz geht in Hessen nicht ohne eine echte Verkehrswende. Gerade hier in Hessen trägt der Verkehrssektor besonders viel zum CO2-Ausstoß bei. Mit etwa 38 % ist der Verkehrssektor der größte CO2-Emittent in Hessen. Klimaschutz wird zwar immer gern mit Windkrafträdern bebildert und auch darüber diskutiert, aber die Stromerzeugung liegt mit rund 22 % weit hinter dem Verkehrssektor. Der Verkehrssektor ist auch die offene Flanke in all diesen Klimaschutzbemühungen. Während sich beispielsweise im Gebäudebereich oder Stromerzeugung vielleicht sogar ein kleiner Trend in die richtige Richtung beobachten lässt, sind die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich seit 1990 nicht gesunken. Die durch Verkehrsinfrastruktur versiegelte Fläche steigt von Jahr zu Jahr. 70 % des Energieverbrauchs im Verkehr entfallen auf den Personenverkehr, so sagt es das Umweltbundesamt. Dessen Verbrauch stieg in den letzten 20 Jahren sogar noch an. Das liegt aber nicht am Eisenbahnverkehr. Dessen Energieverbrauch sank. Der Straßenverkehr blieb auch in etwa konstant. Aber der des Luftverkehrs stieg seit 1995 um 70 %. Der Konflikt um den Frankfurter Flughafen, den sitzen die GRÜNEN in der Regierung mittlerweile, das muss man Ihnen ja zugestehen, tatsächlich ziemlich geräuschlos aus. In der ersten Amtszeit von Schwarz-Grün haben Sie nur mit Placebos vor sich hingeworfen, Lärmverschiebungen, die gerne einmal über Monate hinweg ausgefallen sind, eine Lärmobergrenze, die ein Limit setzt, das höher liegt als die heutige Belastung, ungefähr so nutzlos wie ein Tempolimit von 300 auf der Autobahn. Sie haben ein löchriges Nachtflugverbot auf den Weg gebracht, das de facto einmal gerade fünf Stunden halbwegs zulässige Ruhe in der Nacht sorgt. Derweil hören wir aber immer weniger von den guten Arbeitsplätzen am Flughafen, wegen denen man die unbedingt ausbauen muss und dass man die bewahren soll. Denn die geraten auch immer weiter unter Druck. Die Billigflieger Ryanair werden von Fraport gezielt angelockt mit Dumpingmethoden und mit ihrem schlechten Umgang mit dem Personal. Die Lufthansa verkauft ihr Cateringgeschäft, und bei den Bodenverkehrsdiensten haben es die Beschäftigten hinzunehmen, dass sie mehr und mehr bloße Verfügungsmasse von Ausschreibungen geworden sind. Was früher einmal die hier so gefeierte Jobmaschine Flughafen genannt wurde, steht heute nur allzu oft für prekäre Beschäftigung, für schlechter gewordene Arbeitsbedingungen. Das wird sich nicht ändern, indem immer mehr und mehr und noch mehr Flieger landen, auch wenn manche das hier gerne wieder erzählen. Nein, Fraport ist noch immer mehrheitlich in öffentlichem Besitz und als öffentliche Verkehrsinfrastruktur vom Land Hessen reguliert. Das heißt, es ist eine Frage des politischen Willens, auch für gute Arbeitsbedingungen am Frankfurter Flughafen und für die Nachtruhe der lärmgeplagten Menschen zu sorgen. Aber wenn wir über die Verkehrswende reden, dann brauchen wir eine klare Prioritätensetzung. Bus-, Bahn-, Fahrrad- und Fußverkehr müssen gestärkt werden. Dafür müssen Auto- und Flugverkehr im Gegenzug Stück um Stück Platz machen und auch Privilegien abgeben. Ein Ansatz der Verkehrswende ist ziemlich banal. Die Fahrpreise für die öffentlichen Verkehrsmittel müssen einfach deutlich runter. Aus ökologischen Gründen, um Menschen zum Umstieg auf das Auto zu bewegen, auf den ÖPNV, vor allem aber aus sozialen Gründen. Mobilität ist nicht weniger als die Voraussetzung für soziale Teilhabe. Mobilität muss für alle Menschen in unserer Gesellschaft gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang ist es wirklich besser als gar nichts, dass sie immer mehr Bevölkerungsgruppen privilegieren, in den Genuss vergünstigter oder sogar kostenloser Fahrkarten kommen lassen. Zu den Schülern, Studierenden, den Landesbeschäftigten und Beamten, Job-Ticket-Inhaberinnen, kommen jetzt zum Jahresbeginn ja auch noch oder kamen die Seniorinnen und Senioren. Das ist gut für diese Gruppen, ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings entstehen durch diese Tickets neue Ungerechtigkeiten. Die Preise für Otto-Normal-Fahrkartenverkäufer, die zum Automaten gehen, die eine Fahrkarte brauchen, stiegen zum Jahreswechsel erneut um 1,5 %. Auch wieder etwas über der allgemeinen Inflationsrate. Diese Ungerechtigkeiten sind auch nicht lange tragbar. Deswegen begrüßen wir es grundsätzlich, dass sich Schwarz-Grün im Koalitionsvertrag für ein Bürgerticket für alle bekannt hat, auch wenn nach wie vor unklar bleibt, was genau das eigentlich sein soll und ob auch das unter Finanzierungsvorbehalt steht, so wie Sie es mit all Ihren Projekten gemacht haben. Aber ob Bürgerticket, 365-€-Ticket, Unternehmensabgabe, Nulltarif, Flatrate-Ticket, was uns wichtig wäre, dass diese Sachen sozial ausgestaltet sind, dass sich auch eingefleischte SUV-Fahrerinnen an der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs beteiligen müssen. Über die Details können wir gerne streiten. Der Weg geht hier in die richtige Richtung, aber nur dann, wenn er nicht nur angestrebt, sondern auch wirklich bestritten wird. Auch das zeichnet sich im vorliegenden Haushalt nicht völlig ab. Natürlich braucht es auch einen massiven Ausbau von Bahnstrecken. Die hat die Politik jahrzehntelang vernachlässigt. Gerade das rasant wachsende Rhein-Main-Gebiet bräuchte dringend eine erhebliche Kapazitätserweiterung des ÖPNV. Der Zustand des ÖPNV befindet sich Stand Ende der 80er-Jahre. Die Menschen auf dem Land bräuchten überhaupt erst einmal ein Angebot im öffentlichen Nahverkehr, das in irgendeiner Form für ihre Mobilitätsbedürfnisse konkurrenzfähig zum Auto ist. Da stehen wir noch am Anfang von allen notwendigen Anstrengungen, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Ich komme jetzt noch einmal zu einem anderen Thema, das eben auch für eine gewisse Aufregung gesorgt hat. Wenn man sich jetzt noch einmal das Kabinett anschaut, die Minister, die die Politik dieser schwarz-grünen Landesregierung verantworten, dann gibt es eine größte Fehlbesetzung. Das ist, jetzt habe ich so viel über die GRÜNEN geschimpft, zweifelsohne ein CDU-Minister. Denn die hessische Innenpolitik kommt unter Innenminister Peter Beuth nicht aus den Negativschlagzeilen. Rechte Polizistinnen und Polizisten, NSU und NSU 2.0, der schreckliche Mord am ehemaligen Regierungspräsidenten Walter Lübcke, durch behördenbekannte Neonazis, anhaltende massenhafte Mord- und Bombendrohungen durch extreme Rechte, und ein Innenminister, der die Gefahr und die Gewalt von rechts jahrelang runtergespielt oder sogar verschwiegen hat. Die Drohbriefe des NSU 2.0 hat er verschwiegen. Das wurde wieder nur aus der Presse bekannt, weil Polizisten involviert waren. Nichts wurde aus dem NSU-Komplex gelernt, zumindest einmal nichts von diesem Minister. Durch den schrecklichen Mord an Walter Lübcke, mutmaßlich verübt von zwei dem Geheimdienst bekannten Neonazis, fiel noch einmal ein ganz neues Schlaglicht auf diese Neonaziszene und auf eine Menge offener Fragen aus dem NSU-Komplex, etwa die Frage, warum die entsprechende Akte von Stephan Ernst nicht in den NSU-Untersuchungsausschuss geliefert wurde, obwohl unsere Fraktion ausdrücklich nach ihr gefragt hatte. Diese Frage ist noch immer offen und drängender wie selten zuvor. Es ist mittlerweile völlig klar, dass wir einen neuen Untersuchungsausschuss brauchen. Da können Sie sich ärgern, wie Sie wollen. Wir werden einen neuen Untersuchungsausschuss brauchen, um all diese Fragen aufzuklären. Da können Sie zeigen, ob Sie auf der Seite der Aufklärung stehen, Herr Boddenberg. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD und der LINKEN – Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der LINKEN – Beifall bei der SPD und der LINKEN – – Weitere Zurufe von der LINKEN Kommen wir einmal zu einem anderen Dauerproblem, das Sie hier so gerne ins Feld führen. Das ist und bleibt der Inlandsgeheimdienst. Vielleicht beantworten Sie hier einmal die Frage. Hören Sie mir einmal zu, und beantworten Sie mir die Frage, warum bekommt der Geheimdienst jedes Jahr mehr Geld, neue Mitarbeiter und Kompetenzen, fällt aber immer nur durch Versagen im Kampf gegen rechts auf. Das würde mich einmal interessieren, liebe Kolleginnen von CDU und GRÜNEN. Der Geheimdienst, den Sie hier so hochhalten, ist nicht Teil der Lösung, sondern er ist Teil des Problems. Deswegen wäre es besser, diese Mittel zu kürzen und sie in gute Polizeiarbeit und in zivile Präventionsprojekte zu stecken. Aber da haben Sie ja anderes zu tun, und allen voran dieser Innenminister. Er hat die Präventionsarbeit alles andere als gefördert, sondern er hat Präventionsorganisationen unter Generalverdacht gestellt. Was macht denn das Innenministerium? In dieser schrecklichen gesellschaftlichen Situation, in der wir alle von rechter Hetze und von rechter Gewalt bedroht sind, macht das hessische Innenministerium eine hessenweite Kampagne gegen Linksextremismus. An allen Schulen, in einer Situation, in der es reale und massenhafte Bedrohungen durch Antisemitismus und Neonazis gibt, dass diese Prioritätensetzung gesetzt wird, das ist auch Teil eines Versagens im Kampf gegen rechts. Das darf nicht völlig kommentarlos hingenommen werden. Es ist ein völliges Armutszeugnis für die GRÜNEN, dass sie eine solche Politik mittragen. Beifall DIE LINKE, SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE und Freie Demokraten sehen sich von Abschiebungen bedroht, und auch das in Hessen ist ein Armutszeugnis. Der aktuelle Gesetzentwurf, die Ausländerbeiräte teilweise abzuschaffen, kommt auch aus dem Innenministerium, ist ein weiterer Ausweis der dramatischen Inkompetenz in diesem Bereich. Der Gesetzentwurf ist nicht weniger, so sagen es auch die vielen Ausländerbeiräte in unserem Land, als eine Entmündigung der in Hessen lebenden Migranten. Er ist ein Tiefpunkt der Migrationspolitik von Schwarz-Grün und ein weiterer Beleg, wie schwarz die GRÜNEN in Hessen geworden sind. Wenn wir jetzt noch zum Thema Sport kommen, pflegt der Innenminister eine intensive Feindschaft mit einem eigentlich in Hessen sehr beliebten Fußballverein, mit Eintracht Frankfurt. Die Klage eines Fußballfans, der von der Polizei über eine Spielbande gestürzt wurde, was wir auch hier einmal diskutiert haben, dem dabei auch gesundheitlich nichts Gutes widerfahren ist, die hatte übrigens Erfolg, das sei noch einmal im Nachgang der sonstigen Debatte gesagt, eigentlich ziemlich schlimm und peinlich. Ich finde, man muss ja kein Eintracht-Fan sein. Meine Sympathien gelten dem FC St. Pauli. Aber man muss sich wünschen, dass die Konfrontation des Innenministers gegenüber dem Verein Eintracht Frankfurt endlich aufhört. Ich bleibe dabei, ich finde die falschen Prioritätensetzungen im Innenbereich besonders fahrlässig, wenn man sich die gesellschaftliche Stimmung anschaut, wenn man sich anschaut, wie Neonazis, wie rechte Hetze unser Land und demokratische Verhältnisse bedrohen. Da sollte man doch wirklich zu einer anderen Politik kommen. Zurück zum Landeshaushalt, ausbleibender sozialer Wohnungsbau, überfüllte Bahnen, kaputte Straßen, der rote Faden durch fast alle dieser Themen, das ist der enorme Investitionsstau im Land Hessen und in den Kommunen. Vielerorts ist das ärgerlich, marode Schulen, manchmal lebensgefährlich, bei schlechten Radwegen oder unzureichender Lebensmittelüberwachung. Statt die notwendigen Finanzmittel bereitzustellen, hält sich in Hessen das überkommene Dogma von der schwarzen Null. Die Debatte hat das auch heute wieder gezeigt. Wir finden, angesichts von Klimakatastrophe, sanierungsbedürftiger Schulen und angesichts zerbröckelnder Infrastruktur, ist das Gerede, was auch hier heute wieder gemacht wurde, unter anderem vom Ministerpräsidenten. Wir sollen unseren Kindern keine Schulden hinterlassen. Das ist eine hohle Phrase. Nein, Geiz ist Geilpolitik, wenn es eigentlich Investitionen bräuchte. Das ist etwas, was uns unsere Kinder zukünftig vorwerfen werden. Wir werden unsere Änderungsvorschläge zum Hessischen Landeshaushalt zur dritten Lesung einbringen. Wir werden eine Offensive des Landes für ein sozialeres, für ein ökologischeres und gerechteres Hessen einfordern, mehr Mittel für Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäuser und Schulen. Nach unseren Vorschlägen soll es auch mehr Geld für Kinderbetreuung geben, z. B. kostenloses Schulmittagessen. Finanziert, weil auch darüber heute gestritten werden, sollen diese Mehrausgaben über eine gerechtere Steuerpolitik in Form der Wiedereinführung der Vermögensteuer und einer substanzielleren Erbschaftssteuer. Wie Sie alle wissen, kämen die Erträge der Vermögensteuer auch den Ländern zugute. Mit einer moderaten Besteuerung von Vermögen könnten wir so locker 2 Milliarden € Mehreinnahmen für den Landeshaushalt ermöglichen. Das ist eine große Summe, mit der man vieles machen könnte. Herr Frömmrich, wissen Sie, Herr Frömmrich, es gab eine Zeit in Deutschland, da waren sich alle außer der LINKEN einig, dass es bloß keine höheren Steuern für Vermögen geben dürfte. Aber die Zeiten ändern sich. Die Fans einer gerechteren Besteuerung werden wieder mehr. Das ist doch ein Grund zur Freude. Der SPD-Bundesparteitag hat sich für die Wiedererhebung einer Vermögensteuer ausgesprochen. Bei den GRÜNEN steht es sogar im Bundestagswahlprogramm, auch wenn Sie sich hier immer so aufregen und davon aus Koalitionsraison mit der CDU lieber nichts davon wissen wollen. Engagieren Sie sich doch einmal für Ihre Ziele, und starten Sie eine Bundesratsinitiative für die Vermögensteuer. Das käme dem Lande Hessen zugute. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Wir jedenfalls wollen auf unsinnige Schuldentilgung, auf die schwarze Null um jeden Preis. Darauf wollen wir verzichten zugunsten einer öffentlichen Infrastruktur und besseren Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger. Für diese Politik werden wir im Parlament, auf der Straße, auf den Plätzen, im Bündnis mit vielen sozialen Bewegungen, mit Gewerkschaften machen wir gemeinsam Druck. Wenn wir jetzt also noch einmal zusammenfassen, die GRÜNEN sagen, so grün war Hessen noch nie, so müssen wir leider deutlich feststellen, so schwarz wie die GRÜNEN in Hessen waren sie noch nie. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Freie Demokraten, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Ich komme zum Schluss. Von einer Vernunft wie zu Beginn kann schon lange keine Rede mehr sein. Die schwarz-grüne Beziehung scheint vielmehr eine Liebesheirat gewesen zu sein, eine Partnerschaft um deren Willen die GRÜNEN ihre Überzeugung über Bord geworfen haben. Deswegen werden sie weiter Druck von links bekommen. Vielen Dank.